Darf ich unterbrechen und fragen, ob man mich auch hinten genau hört? Sehen Sie? Nichts sehen Sie. Ich höre eine Stimme von irgendwo da hinten, aber ich kann nicht viel sehen. Wollen Sie mich nicht verstehen? Und ich glaubte, ich hätte so klare Vorstellungen. Ich wollte einen ehrlichen Film machen und machen. Ich glaubte, ich hätte etwas so Einfaches, so leicht Verständliches zu sagen. Ein Film, der für alle irgendwie Ansonsten sein könnte, der helfen könnte. Ich will immer alles zu begraben. Ich darf nicht so fernnehmen. Wessen bin ich der Erste, der nicht den Mut findet, etwas zu begraben? Was ist denn los mit Ihnen? Jetzt weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Ich hab diesen Turm am Hals. Wer weiß, wieso das alles so gekommen ist. Wo ich mich im Weg geirrt habe. Ich hab heute einfach nichts zu sagen. In der Form jetzt, wenn ich meine, so wie ich's gesagt hab eben. Ich hab hier bomben! Ich hab heute mit ihm. Ich hab nämlich nicht alles gehalten. Was ist der Citrober? Hollanda! Bis zum nächsten Mal! Ich hab heute mit ihm einquer Song auffordell. Vielen Dank.